In diesem Video nehme ich dich jetzt einfach mal virtuell mit in mein Büro. Ja, weil viele von meinen Kunden, die sind ja natürlich hier ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und natürlich aus der Schweiz oder aus Österreich, jetzt hier nach Hannover zu kommen, zu uns ist natürlich ein bisschen weit. Natürlich haben wir schon mal ein paar für Interviews oder für das Event, was wir letzten Sommer gemacht haben, sind da schon welche hergekommen, zum Beispiel Daniel Gap extra aus Österreich. Das war schon mal auch sehr, sehr cool. Falls du da nochmal ein bisschen was sehen willst, hier ist eine ganze Reihe bei mir auf dem YouTube-Kanal mit zum Thema Kundenevents. Da findest du hier einiges. Aber hier Daniel Gap, extra aus Österreich, angereist. Aber ich zeige dir heute mal so ein bisschen mein Büro und da kannst du dann virtuell dann auch reingehen. Ich wollte das schon sehr, sehr lange tatsächlich mal so ein virtuelles, so einen virtuellen Rundgang mal erstellen. Ich habe zwar schon auch auf meinem YouTube-Kanal, das ist aber schon knapp drei Jahre her, glaube ich, schon, wo ich das aufgenommen habe. Da sind wir sicher schon, da haben wir ein paar mehr Rollen drin. Der Schrank ist hier noch relativ leer, der ist jetzt schon mit der Kippmann natürlich zugeballert. Und die Wände sind natürlich noch relativ kahl, glaube ich, auch zu der Zeit noch gewesen. Hier oder was? Aber da gehen wir jetzt gleich. Deswegen nehme ich das mal hier einen neuen virtuellen Rundgang auf. Ja, da kann man hier sich so durchklicken, das ist schon mal ganz cool. Hier beginnt es ganz am Anfang. Hier kommt man vom Treppenhaus, das ist der Fahrstuhl. Kommt man hier rein. Habe ich mit der Insta Go, mit der Insta 360 X3, glaube ich, aufgenommen. Ist das, glaube ich, die neueste, die X3. Und da gehe ich jetzt mal hier durch. So, da kommt man hier, klickt man an, kommt man in den Eingangsbereich hier. Hier kommt man dann wieder raus. Terrasse. Ich habe das auch eigentlich, ich wollte, man kann da natürlich relativ viel dann einstellen, aber ich wollte das so, ja, so übersichtlich wie möglich haben. Hier, dass sozusagen ein weitergeht, beziehungsweise zu den nächsten Räumen und ein dann dementsprechend zurück, dass man hier nicht so viele Möglichkeiten hat, sie dann irgendwie, ja, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Hier zu den Artikeln und hier, was machen wir halt morgens so unsere Runde, jedenfalls bei Frühstücken oder Mittagspause auf jeden Fall immer. Und dann hat man hier eigentlich so der Eingangswartebereich, ne, falls irgendwas sein sollte, kann man auch schön hier sich die Zeitung und irgendwie Fotografie natürlich dann auch anschauen. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hier bereitet man dementsprechend dann alles vor. Kleine Küche. Hier geht es noch rein, weil das ist ein bisschen unrelevanter Schränke, kann wir ja, glaube ich, keiner sehen. Hier ist auch eine Pinnwand. Die war, glaube ich, damals in dem Video auch noch nicht, war noch nicht so ausgefüllt. Haben wir damals dann jetzt hier angefangen, auch schon zwei oder drei Jahre her, dann immer so ein kleines Fähnchen hinzumachen auf der Karte, Deutschland, Österreich, Deutschland, Schweiz, wo unsere Kunden sozusagen, wo unser Kunde gerade ist, den wir neu gewonnen haben. Aber dann hat das, irgendwann sieht man hier schon so überhand genommen, das haben wir schon zwei, drei Jahre nicht mehr aktivisiert, weil es wird dann einfach alles, ist dann alles einfach rot, ne. Auch wenn man es immer schön, also das habe ich das trotzdem hängen lassen, wenn man da vorbeigeht, ist immer schön zu sehen, okay, man hat da, also mit sehr, sehr vielen Partnern arbeitet man da dementsprechend dann zusammen. Hier noch so ein paar schöne Fotos. Und hier auch, das ist auch, glaube ich, komplett neu, das war ja damals im Video noch nicht. Unsere liebe Kundin Janett Raupers, Fotoschul-Inhaberin, hier Vincenzo Trainer, die waren dann hier im Büro, da haben wir dann ein schönes Interview aufgenommen. Die Interviews findet man natürlich selbstverständlich auch auf dem YouTube-Kanal, da bekommt man hier dann einfach die Interviews, die meisten waren dann auch im Studio, kann man sich dann dementsprechend hier ansehen. Ich glaube, da muss man dann extra hier nochmal draufklicken, um noch mehr zu sehen. Da müssten noch mehr dann dementsprechend sein. So. Auch mit Deko, schönen alten Kameras nochmal. Dann haben wir angefangen auch immer diese Kunden-Awards, die wir abgeben, haben wir immer zwei Stück gemacht, einen für den Kunden, einen für uns, damit wir einen im Büro hinstellen. Komme ich gleich noch dazu, haben wir dann aufgehört irgendwann. Nur noch einen für den Kunden erstellt, weil sonst liegen die natürlich überall nur noch im Büro rum, weil es dann relativ viele werden, teilweise dann auch schon als irgendwelche Stopper oder sowas benutzt. Das muss ja nicht mehr sein. So, hier, wie schon gesagt, alles schön. Ich mag das, wenn es so richtig groß sind. Ich glaube, es sind 2,5 Meter, bin ich der Meinung. Sonst geht man ja, hier sieht man es, glaube ich, dass die 1 Meter oder 1,5 Meter sind mir immer zu klein. Wenn ich ein Shooting mache, ich mache es lieber dann lieber auf so 2,5 Meter. Da habe ich ein bisschen mehr Freiraum für das Model, kann mich wieder ein bisschen mehr bewegen und habe auch nicht so viel zum Nachbearbeiten. Finde ich ein bisschen angenehmer, wenn es natürlich breit und groß ist. Ein großer Meetingraum hier, da halten wir dann dementsprechend Meetings, oder wenn wir irgendwelche Formen von Gästen dabei haben. Hier, der Schrank natürlich jetzt dementsprechend schon, ja, man kennt es von der Fotofilmacherei, wenn man zu viel Equipment dann hat, dann wird alles voll. Aber erst kommen die Kunden und dann das Equipment hier merken, also sich den Equipmentkasten vollhauen, kann man dann später auch noch, bevor es dann dann auch rumgammelt. Das kann man dann später auch noch machen. Und ja, dann war es mir hier, kann man ja nur 4 in diesen einen Bereich hier erstellen, habe ich dann mir einfach ein zusätzliches hier gekauft und habe es hier hingestellt. Dann kann ich das in diese Richtung, also hier in diese Richtung dann rausrollen und dann wird hier dementsprechend hier einfach der Tisch hochgeklappt, den kann man so hochklappen, dann wird er hier an die Seite gefahren, hier hin. Und dann kann man entweder hier die Rollen runterfahren lassen oder von hier aus die Seite runterfahren lassen. Dann kann man hier verschiedene Rollen und Rollenfarben dann dementsprechend verwenden. Also wird als Meetingraum und als Studio dann dementsprechend verwendet. So, kommen wir hier wieder raus. Zack, dann ist man hier wieder in der Küche. Hier geht es wieder zum Eingangsbereich. Hier geht es dann dementsprechend weiter. So, hier ganz unspektakulär natürlich zwei Toiletten. Dann fangen wir beim rechten Büro einmal an. So, dann haben wir hier schön ein Büro, wo die Erstgespräche stattfinden. Wenn du dir später auch nochmal den virtuellen Rundgang anschaust, kannst du da dementsprechend jeder direkt deinen Termin zum Erstgespräch, dann dementsprechend auch buchen und dann mitten in den Stadtgewerbungen gleich nochmal. Da gibt es auch bessere Aufnahmen gleich, wo wir da hinkommen. So, wir sind jetzt zurück in den Flur. So, bevor wir hier in den Gang abbiegen, nochmal in die andere Seite, auch nochmal das Platz. Hier werden auch dann dementsprechend die ganzen, es ist ein Mappe, da kommen die ganzen Fotovideografen, die Bilder, die eingeschickt werden, rein. Und dann wird dann analysiert, wer Fotograf, Videograf, wo das für den Moment wird. Ja, natürlich dementsprechend auch für die Kunden, wenn man dann hier irgendwas erklären will. Und hier nochmal schöner Ausblick mitten in der Innenstadt. So, wieder zurück. So, dann gehen wir hier weiter in den Gang. So, einmal hier geht es natürlich zu den Kundeninterviews, wenn man die ansehen will. Und hier ein paar natürlich, die dann dementsprechend schon hier waren, von den Kunden, wo wir dann dementsprechend die Interviews geführt haben. Da sieht man aber auch dann fleißig hier auf dem YouTube-Kanal dann dementsprechend hier die Interviews. So, hier haben wir natürlich als Deko schöne alte Vintage-Kameras, ein paar Awards. Dann sieht man hier schon, da stapelt sich dann dementsprechend die so an der Seite so. Da haben wir dann irgendwann dementsprechend noch einen erstellen lassen. Hier werden in der Regel dann die Beratungsgespräche durchgeführt. Eventuell kennst du dann sozusagen diesen Hintergrund. Da wird dann ja im Zoom-Raum dann hinten so angezeigt. Und ja, das schöne Foto habe ich in New York geschossen, dann dementsprechend hier nochmal ausgedruckt und hingegangen. Es wäre dort waren 2016, aber ich habe 2018, aber ich habe, wie weiß, 2022, 2023, Anfang 2023 dann auch nochmal da. Da habe ich auch noch ein paar Videos auf YouTube, falls du da mal hingehen willst, einiges zu beachten, auch gerne mal ansehen. Und hier nochmal, der hat und haben uns die Kunden geschenkt, ein Kunden-Awards. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Der steht natürlich dann immer neben dem Schreibtisch oder am Schreibtisch, damit man natürlich das immer im Blick hat. Das sehen wir dann bei mir im Büro auch gleich nochmal. So, dann geht es hier weiter. Hier, wie gesagt, stapeln die sich schon. Bevor wir zu mir gehen, gehen wir hier nochmal in den Back-Office-Bereich, wo alles gedruckt wird. Hier hinein, hier kommt man nochmal in den Innenhof für die Raucher, aber niemals rauchen. Wenn du Raucher wärst und bei uns wärst, dann kommt man hier halt in den Innenhof, aber es war natürlich, weil das wissen wir alle gar nicht erst anfangen zu rauchen. So, hier haben wir immer schön noch das Firmen-Logo von mir reingepackt. Ich finde das so mit diesem milchigen, mit dieser milchigen Folie eigentlich relativ schick. Wir hatten noch überlegt, ob wir jetzt dann dementsprechend zur Straße hin, also in der Innenstadt auch nochmal hinpacken. Aber mir war eigentlich der Ausblick dann doch wichtiger, sodass man so einen kompletten Ausblick raus hat. Da war man ja auch nochmal ein bisschen wichtiger hier. Dementsprechend, wenn auch irgendwelche Gespräche stattfinden, nochmal die alten Zeitungs-Suchplatten, wo ich damals angefangen hatte, meine Ausbildung zu machen als Medium-Technologe. Und ja, einfach als kleine Erinnerung nochmal, damit ich immer weiß, woher ich komme. Ja, hier ist mein Arbeitsplatz. Bildschirm relativ groß, damit ich alles von den Kunden auch immer im Überblick habe, dass auch alles richtig läuft. Hier noch natürlich die ganzen Buchexemplare zur Buchwebsite. Und hier habe ich nochmal ein Foto von draußen. So, zack. Was auch ganz cool ist, man kann hier so einen coolen Lens-Flair nochmal reinsetzen. Also die Sonne ist natürlich so aufgenommen, aber dieser Flair hier kann man so nachsäglich einsetzen. Sieht eigentlich ganz cool aus dann. Dementsprechend hat man mehr so noch das 3D-Feeling. Und eigentlich ganz cool, was man da so mittlerweile so alles basteln kann. Natürlich ist es als Fotobiograph, wenn man so ein bisschen den Hintergrund weiß, ein bisschen einfacher noch. Weil zum Beispiel hier unten ist ja jetzt alles frei. Das muss man natürlich so nachsäglich so ein bisschen besser bearbeiten. Weil so sieht das Foto an sich aus. Und hier unten sieht man noch so ein bisschen was vom Stativ. Das muss man dann dementsprechend wegstempeln. Oder je nachdem, wie du das bei dir in deinen Workflow eingebunden hast. Und natürlich das Bild kann man natürlich per Lightroom oder Photoshop natürlich nochmal ein bisschen besser machen. Klar, man sieht auch hier ist jetzt natürlich nicht das vollumfänglichste High-Quality-Bild. Aber ich sag mal so, dafür, dass man das sehr schnell auf der Webseite auch laden kann, den virtuellen Rundgang und gleichzeitig auch so flüssig alles läuft. Muss man natürlich da auch irgendwo dann auch Daten, Größen, Abstriche machen, damit der Interessente auch sehr schnell durchstehen kann. Und ja, das ist eigentlich soweit dafür, dass wenn jetzt, sag ich mal, die Kunden von uns ein bisschen weiter wegkommen und mal sehen wollen, wie das Büro aussieht, dass man hier dementsprechend auch mal virtuell, auch wenn es so virtuell ist, aber trotzdem mal hier durchgehen kann. Und wie ich das alles mal in Ruhe ansehen kann. Also ich bin da schon für das Büro sehr stolz, mittlerweile schon sehr gut eingerichtet, gefällt mir einfach. Und wenn ich da jeden Tag immer reingehe, ja, bin ich da einfach mega happy. Einfach hier immer, dass hier alles schon mal so weit und so gut aufgerüstet ist. Freut mich, mega nice. Ja, wenn du dich selber mal ansehen willst, kannst du einfach gerne mal auf die Webseite von mir gehen. Das ist, glaube ich, relativ weit oben dann schon. Du kannst hier den virtuellen Rundgang einfach mal starten, hier ein bisschen durchgehen. Dir in Ruhe ansehen und ja, dann hoffentlich freut es dich dann auch so sehr wie mich, hier einfach mal in den Hallen so ein bisschen herumzulaufen und dir das anzuschauen. Und ja, hoffentlich hat dir das Video gefallen. Wie gesagt, wenn du weitere Interviews und sowas sehen willst, einfach sehr gerne einmal auf den YouTube-Garer gehen. Hier kannst du auch die ganzen Interviews, die einen ansehen, sehr gerne natürlich dann dementsprechend auch abonnieren. Kommen auch dreimal die Woche neue Videos und dann freue ich mich auf deine Nachricht und bis dann. Bis zum nächsten Mal.